Nico Schulz ist ein deutscher Fußballspieler, der derzeit bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Karriere Nico Schulz machte seine ersten fußballerischen Schritte in der Jugend des BSC Reberge, wo er bis zum Jahr 2000 blieb, bevor er zu Hertha BSC wechselte. Dort konnte er auf Anhieb überzeugen, wodurch er sogar Scouts des FC Liverpool auffiel. Deren Angebot jedoch ausschlug und stattdessen in Berlin blieb. In der Folgezeit erreichte er mit der A-Jugend seines Vereins unter anderem das Finale des DFB-Junioren-Vereinspokal 2019 gegen die TSG 1899. Hoffenheim, welches im heimischen Amateurstadion stattfand, jedoch mit 1 zu 2 verloren wurde. In der anschließenden Sommerpause durfte Schulz ja erstmals mit den Profis ins Trainingslager fahren und hinterließ dort einen so starken Eindruck, dass er am 14. August 2010 in der erste Runde des DFB-Pokals beim 2 zu 0 Erfolg in Pfohlendorfe das erste Pflichtspiel für Hertha Tashi erste Mannschaft bestritt, nachdem er in der 81. Spielminute für Valery Domowczyski eingewechselt wurde. Nur sechs Tage später debütierte Nico Schulz dann in der 2. Bundesliga beim 3 zu 2 Heimerfolg über Rot-Weiß-Oberhausen. Als er erneut kurz vor Spielschluss für Domowczyski eingewechselt wurde. Im Laufe der Saison 2010-11 kam er unter Trainer Markus Babbel allerdings nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. Nachdem Schulz zu Beginn der Saison 2015-16 in der ersten Pokalrunde und am ersten Spieltag noch als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen war, wechselte er am 18. August 2015 zu Borussia Mönchengladbach. Schulz erhielt beim Champions-League-Teilnehmer einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2019. Sein Debüt für Gladbach feierte er am 19. September 2015, dem fünfte Spieltag, als er bei der 1 zu 0 Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln für Ibrahima Traori eingewechselt wurde. Für deutsche Nachwuchsteams bestritt Nico Schulz bislang insgesamt 40 Spiele, wobei ihm jedoch weder für die U16, die U17 noch die U18-Nationalmannschaft ein Torerfolg vergönnt war. In der Qualifikation zur U19-Europameisterschaft 2012 gelangen ihm gegen Nordirland seine ersten zwei Tore für eine deutsche Nationalmannschaft. Für die EM-Endrunde qualifizierte sich das DFB-Team jedoch nicht.